Hallo und herzlich willkommen hier zu Rainbow Six Siege Beide ich trainiert bitte die ganze Scheiße, damit ich mich so gut umsetzen kann Bitte mit dem Uweber, falls du meinen Namen gesagt hast, ich hab dich grad noch nicht gehört Kann jemand mal hier auf die Matte ein bisschen Stacheldraht legen? Ich hab leider kein Stacheldraht dabei Ich platziere Rüstung, nehmt euch Eine Wand sind überall Drohnen, ich werde die ganze Zeit entdecken Wand Verstärkung Gehen wir? Ja Ich bin noch da Ja ich bin noch da, tschuldigung Irgendjemand hat noch keine Rüstung genommen, nehmt mal Hast du doch nur eine Rüstung genommen? Nein Dann geh mal hin So, ich stell mich jetzt hier hin Und mach nischt Ich auch nicht Ha, warum sollen wir überhaupt machen, hä? Oh fuck, es gibt zwei Bomben Ja ich, ich such die ganze Zeit nach der zweiten Bombe, wo ist denn B? Geil Siehs drüben, ich geh mal hin Ach da Schrei nicht so Ich konnte die überhaupt nicht sehen Keine Rüte Schreit so doll Ich geh auch rüber Die sind schon alles Was? Die machen schon Ich bin tot Aber wir haben komplett die zweite Bombe übersehen Scheiße Ich hab die voll flankiert, Junge Der ist draußen Ja der ist draußen, der hat mich fast getroffen Wow Geil Geil Junge, wie ich die flankiert hab ich Ich hab den vollen Rücken geschossen Zwei Typen, ey So macht man das Die draußen wegholen Alter Ja stimmt, wir haben voll die zweite Bombe Alle, weißt du wie Alle fertig Wir haben die eine Bombe da noch Scheiße Adrenalin pur, ey Ja Ich nehm mal den Schild Ich lieb zurzeit Glass, weiß nicht wieso Ich weiß halt nicht, Pish to talk Boah Ich war nur Ich hab nur gedacht, komm entschärfen, ey Keine Ahnung Ich weiß es wie gesagt nicht Tut mir leid Ich weiß nicht wie man PUSH to talk macht, ey Ich kann immer offen halten, aber immer offen halten möchte ich nicht Alter, dann wissen die ja sofort Hä? Warum labern die die ganze Zeit so scheiße? Weißt du? So, dann wollen wir mal gucken, ne? Oben scheinen sie zum Beispiel nicht zu sein Ne Sind sie auch nicht Das heißt, die müssen irgendwo anders sein Irgendwo da unten Wollten wir das Ah, hat die Bombe gefunden Im zweiten Gebäude glaube ich Und die andere Bombe, geil, wir haben beide Pumpen Können wir gut loslegen Können wir gut loslegen So, dann wollen wir mal Das gibt's nicht Das gibt's nicht Im ersten Raum sitzt nur Pult in der Ecke Hab einen gekillt Nein Alter Ich bin halt Schild drin Ich platziere den Entschärfer Oh Mann, ich war gerade am Entschärfer platzieren, Mano Ich hab wenigstens auch ein Kill gemacht, für euch Was? Ich hab wenigstens auch ein Kill gemacht Ich hab wenigstens auch ein Kill gemacht Waaaah Ich hab wenigstens auch ein Kill gemacht Oder? Hättest du ihn ja auch gemessen? Ja, ein Kill hab ich gemacht Ich bin durch die Dachluge gekommen, Alter Bin ich durch die Dachluge gelaufen? Bin ich durch die Dachluge gelaufen? Bitte jemand Frostsmoke? Kannst du Frost wechseln? Egal Schatzluge Ja, genau Hab schon Alter, 2-0 wieder Böwe Boah Alter, also mit den Typen, wenn man ein bisschen abspricht Und wenn die es ernst nehmen Dann ist das echt cool, ne? Natürlich müssen wir ein bisschen konzentriert auch dabei sein Wir sprechen ja nicht ab Ja, wir beide nicht, ja, wir verstehen uns so Warum sollten wir uns absprechen, Böwe? Weiß ich nicht Tchö 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 Ok, sofort auch zu der anderen Bombe gehen Rüstungen sind platziert, nehmt euch Ja, du bist wohl So 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 Einer muss aber nicht mal in den gegenüberliegenden Raum rein Du hast doch nie Und Du hast du einfach nicht Ich will du hast du einfach nicht Die Knot Gämmt Du hast du einfach nicht Auf was bei mir durch mit y blödes was mit y doch nicht markiert mit v schlage ich und mit y markiere ich ich werde es wagen und die das fenster verbarrikadiert und ich werde es wagen schild zu töten flasches noch draußen dann habe ich mal gesehen vielleicht ganz einer wagen auszugehen also der war lag direkt recht scheiße alter wie schnell ich weg in der tausend wer auch in die matte gegangen ja stimmt park das verlieren Gut, er hätte ja noch dir helfen können. Spring da einfach raus, was ich mitnehmen. Ah, schade. Na gut, machen wir besser. Passiert mal. Also jetzt habe ich keinen. Ich habe sie wieder weggenommen. What, what? Alter, weil du wüsstest auch nicht, welche Taste man drücken könnte, oder? Äh. Für Sprachshed, ey, wäre ein bisschen einfacher jetzt gerade im Moment. Ich glaube, da hat einer verbreitet. So, die glauben echt, wir wären Dings. Schmausländer. Wir sind Russen. Was? Russen sind wir. Hast du mir erst, ey, wenn wir jetzt sprechen können, brusen. Oh, geil, ey. Was? Was meinst du? Man reden, ey. Wer? Guck an, wo man reden kann. Ja, weiß ich nicht. Irgendwann musst du das mal aufploppen bei dir dann. Geh einfach mal alle Tasten durch. Dann siehst du an der Seite, wenn es dann da steht. Na, z'ohoho. Und wenn die Tasche, äh, Tasche, sag ich schon, Tasche. Uh, uh. Oh, ich finde hier schon wieder nichts, Alter. Boah, wie sch... Don't write the wrong, so much. Oh, yeah, good position. Hä? Geht ihr jetzt wirklich Englisch? Kannst ruhig Deutsch reden. Ach ja, scheiße. Ich bin voll Idiot. Mann, ich fang übrigens Ds Go immer automatisch an, in Englisch zu reden. Lass mich reingehen, lass mich reingehen. Wow. Das war knapp. Ich war fast tot. Nein. Wer denn jetzt defuse geht? Ich nicht. Setz mal den Schlafer. Machst du den Entschärfer? Der Blitz ist auch mega stark, ey, mit seinem Blitzteil, ey. Der Typ hat den Entschärfer, komm. Na, die Waffe ist aber auch stärker geworden. Ist doch mir die Bombe, Alter, der Entschärfer. Geht dann zwar hin, wir machen mir den Entschärfer. Ey. Ah, doch nicht, ey. Ah. Ich habe den letzten Kill gemacht. Das ist doch genauso wie Brock, Junge. Ist das geil? Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen bei Rainbow Six Siege mit dem Big Mana. Und dem Ingo Viva. Genau, bis dennne. Tschüss. Tschüss. Ich kann mich verraten.' Ich weiß, wie kann ich natürlich eher auf. Ich kann michivas Im digital sein. Ich kann mich einfach mal einfach mal ganz humanisch. Ich kann mich weiter alles klar.